In diesem Beispiel lernst du, wie du Zinsen berechnest. Frau Krüger legt 2300 Euro für ein Jahr zu einem Zinssatz von 1,7% bei einer Bank an. Berechne die Zinsen. Wie in der Prozentrechnung hilft dir auch in der Zinsrechnung eine Dreisatztabelle. Trage als erstes die gegebenen Werte ein. Frau Krüger legt 2300 Euro an. Dieser Betrag ist der Grundwert. Er entspricht 100%. In der Zinsrechnung wird der Grundwert Kapital genannt. Der Zinssatz, ein anderes Wort für Prozentsatz, beträgt 1,7%. Gesucht sind die Zinsen, die Frau Krüger erhält. Die Zinsen sind das, was in der Prozentrechnung der Prozentwert ist. Da auf der linken Seite zwei Werte gegeben sind, führst du die Rechnung hier zuerst durch. Dividiere 100% durch 100 und multipliziere das Ergebnis mit p. Wiederhole die Rechnung auf der rechten Seite. Dividiere das Kapital durch 100 und multipliziere mit p. Berechne, wie viel Geld Frau Krüger nach dem Jahr hat. Frau Krüger hat 2300 Euro angelegt und auf dieses Kapital Zinsen in Höhe von 39,10 Euro bekommen. Ihr neuer Kontostand beträgt 2339,10 Euro.